Applaus 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 Sieben zu zwei Drei Matchspiele für Andreas Stoddorfer Applaus 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 3 zu 0 gewinnt an die Stauderfeuer in diesem Tischtensoberliga Bayern München 2 geht davon aus dass das ein Ersatzmann war gegen den er da spielen durfte musste das Niveau war nicht unbedingt zwingend Oberliga viele ungeheuer leichte Fehler da geht es hier dann schon etwas besser zur Sache Martin Binden spielt gegen Wolfgang Köppel also Spitzen Einzel die Nummer 1 gegen die Nummer 1 das dann allerdings zu sehen als Stativvideo aufgenommen mit dieser Kamera Google Stony TV Jensbach gegen Bayern München 2 Wildertsch gegen Köppel